Mich hat hier am SIT Campus eigentlich die offene Atmosphäre sehr beeindruckt, auch die Ausstattung, die hier offensichtlich sehr, sehr gut ist, aber auch gerade die Aufgeschlossenheit der Schülerinnen und Schüler, die hier sehr offen, auch auf mich zugegangen sind. Die Zukunftsfähigkeit dieses Standortes hängt auch mit dieser Schule zusammen und deshalb unterstütze ich das auch als Schirmherrin sehr gerne. Für den Standort München, für den Standort Bayern ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass die internationalen Firmen mit den internationalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Gelegenheit haben, ihre Kinder gut in einer Schule unterbringen zu können und das ist hier bestens gewährleistet. Es werden muttersprachliche Angebote gemacht, aber natürlich in erster Linie Englisch, die die Schulsprache perfekt sozusagen inszeniert und deshalb, glaube ich, unverzichtbar. Die Schulsprache über das Schullprache ist bereits ein kleines Erinner sol BREAkat, Vielen Dank.